Es gibt hier ganz offensichtlich ein Problem. Wir wissen genau, ihr habt alle Tickets am Wochenende gekauft, um uns JFK zu sehen. Und was passiert? Wir sind kaum auf den Cards. Wir sind kaum in Social Media präsent. Nichts! Nada! Und was war das gestern mit dem Match? Ganz offensichtlich wird hier manipuliert. Wir werden immer in Situationen geworfen, wo wir gar nicht gewinnen können. Unmöglich! Genau! Okay Leute, okay Leute, alles klar. Die Show ist offiziell beendet. Aber keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Wir haben uns was überlegt. Heute gibt es für euch exklusiv ein JFK Meet & Greet. Wir haben unsere freshe Gier an. Kamerafrau, tanz an hier, mach Fotos. Produktion spielt unsere Music. Musik! 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 Karsten, 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 Karsten! Ein bisschen. Euer folgendes Match ist angesetzt für einen Forks! Ein bisschen. Liebe Fans, ich präsentiere aus Hamburg City, Deutschland. Hier sind Axel Dieter Junior und Samek, das Team Hot & Spicy. Hier sind Axel Dieter Junior und Samek, das Team Hot & Spicy. Ich bin der Schussian, das KO und das Team Hot & Safi. Ich bin der Schussian, das Team Hot & Spicy. Ich bin der Schuss, diesmal in der Polizei, das Team Hot & Spicy. Es kommt der Schuss, das Team Hot & Spicy. wie wir Mission geht, wie die Gresse, bei der юsten Zeit, bei der cuanto zu acesso ist, wenn ich überlegen dass dieses Bauteblinguissions Das ist unser Serien!